Die willst du nicht? Ich glaub sogar das war die, ich weiß das gar nicht. Das ist die nicht gewesen, waren zwei grüne Waffen. Ja, ist doch egal. Ah, du wolltest die andere haben, ne? Sind aber eh alle schlecht. Deswegen. Nee. Doch. Die grüne war gut. Die grüne Maschinenpistole. Beziehungsweise das Sturmgewehr. Meinst du? Mhm, war bei mir besser. Dann komm her. Ja. Ich weiß gar nicht mehr welche das war. Zum grünes. Auf jeden Fall von der Stärke, ja. Hey. P-p-p-p-p-p. Den und das grüne. Und das. Und das. Warum sind das beide unten? Das war die, die du als letztes geworfen hast das andere liegt hier unten. Und nimm noch mit. Im Verkauf. Ich hab nur grüne Waffen mittlerweile. Wo ist sie? obwohl die ein bisschen weniger schaden ist ja besser in einem schuss ja jetzt müssen wir zurück zum tor das war ja nur zusatz ziel hiermit möchtest du fahren nee du darfst fahren warum ich kann nicht machen ja besser als ich ja arschloch dankeschön der kaktus alter der kaktus des todes schnell zum auto schnell sind doch sterben ja so im sonnig nein nicht zu schreien sonst ist wieder leise ok wir können aber noch einen kleinen rundkurs hier tag ja auch haben übrigens ich wollte einen kleinen rundkurs mit hier machen da hier stehen wir gut glaube ich mal ja fast zwei Automaten er sollte nicht labern Reizmaul Nerv er hat zu viel gelabert eben und dann habe ich aufgenommen 22 224 also upgrade ob ich da jetzt ein Upgrade Token ich nicht so behindert er soll bloß die Fresse ein hallo ja so schön Waffenauswahl schlecht so kriegt er mehr Kohle bei der oberen aber ich nehme die aber auch mit plan b so warte mal habe ich irgendwas in Lust und 8 können wir gleich auch machen wenn wir ein Städtchen sind jawohl kommt das jetzt jetzt guckt ihr das oben das Spektakel an das kenne ich bei der Stadt war ich auch schon ja Spektakel für die Leute ja ich weiß hey Ende ich werde das Tor für sie öffnen heisst du jesus okay ernsthaft ach joseph ich bin da hingelaufen hä jesus was und tschüss mit drin ja aber reingesprungen du kannst uns helfen ach grüß dich mit der Mechaniker der Stadt scheiße äh ich meine Mist Roland braucht deine Hilfe ohne ihn haben die Crimson Raiders keine Chance gegen Jack finde bitte heraus wo Roland ist ja 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 später vielleicht aber erstmal oh 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 mein Inventar ist voll das muss eindeutig immer gewährt werden weg 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 ernsthaft ich wollte das kaufen denn mein Inventar war nur voll ich weiß okay Arsch doch warum rennst du rein ich hab nix gesehen ich hab nix gesehen ist das dumm du bist n Arsch alter genau das Ding wollte ich haben ja jetzt hab ich das geschehen hm hm wie war das halt zuerst kommt mal zuerst ne ja nur weil du einen Inventarplatz hattest das ist bei dem ich stand einfach halt zuerst kommt mal zuerst wenn das Geld stimmt neulich dir dein Leben neulich schild hab ich mir auch gekauft ist mach nochmal besser das Schild ich hab mir grad ne Schild 182 282 23 35 achso war mir nicht besser als mein altes alter schon wieder bad ass wenger ist los wieder level wie du schon wieder zurückgelaufen catch a white bei milk gemacht Keine neuen Jobs gehen, so. Ha! Du bist kein Hyperienroboter! Du bist ein Kammerjäger! Das ist sowas wie ein Einhorn! Keine neuen Millionen, sorry! Hm? Wieso nicht? Kannst du labern? Ne, ich such grad... Boah, wo ging das? Ach ne, der hat die Pizza bekommen, genau. Ich erinnere mich wieder. Was denn? Der bekommt die Pizza, dann bekommen wir so eine Special Waffe. Jo, ich stehe. Ne, unten ist noch eine Mission. Warte, ich aktiviere die. Da bist du schon. Das ist ein Shooter. Findest du uns bei der Sache mit Roland? Ich hab gehört, wie die Crimson Raiders darüber sprachen. Roland sagte mir, wenn er jemals verschwinden würde, sollte ich Plan B einleiten. Oder wie er es nannte. Plan, verwandle diese Stadt in eine großartige schwebende Festung. Ich hab' hier ein paar Treibstoffzellen. Ich hab' hier ein paar Treibstoffzellen. Sie wird's gelaufen. Oh, und sie braucht auf dieses Elidium. Danke. Ja. Kann mir die beiden Treibstoffzellen? Nein, da müsste... Ich mein' die eine ist da oben. Eine hab' ich ja schon. Na ja. Hallo Junge. Komm mit. Hey, hol's hin? Wo willst du denn? Wo willst du denn? So, jetzt. Hätt' er auch. Wir wollten auch weiter rennen können. Äh. Hätten nicht den Torsten gehört. Äh. Liefert ihn einfach an dich aus, dann werdet ihr belohnt. Halt's Maul. Keine Sorge, niemand wird dich ausliefern. Du bist unsere einzige Schatz, Jack aufzuhalten. Zack. Wollen sagte, wir brauchen einen Notfallplan, falls er verschwinden sollte. Deshalb all die Treibstoffzellen und so. Ist echt ne Schande. Wollen wir die andere rein? Ohne frisches Blut, werden die Raiders nicht überleben. Und wenn man sieht, wie du diese Banditen erledigt hast, dann wird das Blut genau dein Ding. Mhm. Was willst' denn du's? Kauf irgendwas, dann kriegst du diese Dreck-Treibstoffzelle gratis dazu. Hahaha. Was noch mehr kaufen? Und ich akzeptiere nur Aridium. Kech ist was für Klaus. Anzahl von... Ne, Rucksäcke, ne? Ja, würd' ich sagen, ne? Weil das am besten momentan... Oder Pistolenmonie... Ne, ne, Rucksäcke. Das andere ist nur noch mit Saves. Mhm. Mh. Was hast du Rucksäcke geholt? Mhm. Der war noch so 7. Was? Achso. Ja, jeder hat ja, stimmt ja. Naja. Stimmt ja, geht das automatisch? Naja, der Rucksäcke, ich hab jetzt statt 12 hab ich jetzt 13, ne? Okay. Deswegen... Nun sieht man die Anzahl denn. Mh, wenn du i drückst und drüber gehst. Ja. Steht das unten. Ja, 15. Mhm. Wieviel hast du jetzt noch iridium? Äh, 3 glaub ich woanders. 3, müsstest du ja. Fehlautomat. 3 oder 7? Ich hatte 7. 3 Stück hab ich noch. Nur noch, ne? Ja, dann ist nicht das iridium für jeden für uns. Ja. Danke für die Kohle. Automat. Automatensucht, ne, oder was? Ja, ein bisschen, ne? Das können wir gleich machen. Ne Waffe. Leicht. Ne, Riedium ist wieder geil. Ich hab nur Kohle grad. Ja, wenn wir das kriegen ja. Haha, pass auf. Ne, ne Waffe. Ne, ne Waffe. Iridium, hast du gesehen? Ne, hab ich nicht. Vier Stück, äh, jetzt haben wir wieder 7 Stück. Ey, du ja. Oh. Kohle. Ey, du hast auch 7, mach mal i. Nein, kein Bock grad. Du müsstest auch haben. Na, Geld nur. Ähm. Oh. Ab 7, ne? Na ja. Dann gehört das iridium uns beiden. Okay. He. 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 Kack waschen. Knellwechsel. Blablabla. Weg. Keine Kohle mehr? Doch, ich hab nur beide Automaten gespielt. Hey du Arsch. Mein Automat ist meiner. Komm mal weiter. Ah, ernsthaft. Ich würde meine ganze Kohle nicht verstehen hier. Ich hab mal eine 7 noch missgenannt Passung. Oh, drei Köpfe von diesem Typen, wenn Dinge von Markus. Okay.